Seit Ende August ist Denis Aogo nun auf Schalke. Und eine bessere Entscheidung hätte er nicht treffen können. Vom suspendierten Problemfall beim kriselnden HSV zum Stammspieler bei einem Champions-League-Teilnehmer, der mit Leihgabe Aogo prompt durchstartete. Ich habe ja schon betont nach der ersten Zeit, dass es mir eigentlich sehr leicht gemacht wurde. Und jetzt sind knapp acht Wochen rum ungefähr, denke ich. Und von daher kann ich sagen, dass ich, glaube ich, angekommen bin. Wir hatten in der letzten Zeit eigentlich auch gute Spiele. Wir haben von den acht Spielen, die ich gespielt habe, sechs gewonnen. Ich denke, dass das eine gute Bilanz ist. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Dass Aogo ein guter Fußballer ist, wussten auch die Hamburger. Aber beim HSV hatte er keine intakte Mannschaft um sich und passte sich dem schwachen Niveau an. Auf Schalke läuft es besser. Kaum war er angekommen, spielte er, als wäre er nie bei einem anderen Klub gewesen. Die Kameraden, ich habe ja schon den einen oder anderen gekannt und die haben mich von Anfang an gut aufgenommen und haben mir das Gefühl gegeben, dass sie sich gefreut haben, dass ich da bin. Und das hat mir, glaube ich, auch einfach gemacht, mich von Anfang an gut zu präsentieren. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich das auch weiterhin so machen kann. Bisher sieht es danach aus. Nach Kickernoten ist Aogo der beste Schalker Abwehrspieler der laufenden Bundesliga-Saison. Auf seiner Position fast konkurrenzlos. Sobald Fuchs und Kolasinac wieder fit sind, wird sich Aogo aber gegen diese beiden durchsetzen müssen. Bis dahin kann er noch ein wenig in Erinnerung schwelgen und Vergleiche ziehen zwischen Hamburg und Schalke. Es gibt schon viele Parallelen, muss man ehrlich sagen. Gerade was die Erwartungen im Umfeld und im Verein an sich angeht. Gerade auch was die schnelle Unruhe in Anführungszeichen angeht, die dann reinkommt, wenn man mal ein Spiel nicht gewinnt oder wenn man die Erwartungen nicht so erfüllt. Da gibt es glaube ich schon viele Parallelen und von daher fiel es mir auch in der Hinsicht nicht schwer, mich hier zurecht zu finden. Aogo fühlt sich wohl und könnte sich gut eine weitere Saison in Königsblau vorstellen. Seine Schalker Vorgesetzten sehen das sicher ähnlich. Keine Schalker Vorgesetzten sehen das nicht so einfach. Vielen Dank.